Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und mit einer Lebenszeitprevalenz von circa 20 Prozent hat fast jeder Fünfte in unserer Bevölkerung mindestens einmal einen Zustand, den wir als krankhafter Angst bezeichnen würden. Das heißt sehr häufig und insgesamt, muss man sagen, sind Frauen bei den Angststörungen häufiger betroffen als die Männer. Es gibt einige Unterschiede bei den phobischen Störungen, aber für die Panikstörung und Agoraphobie ist es so, dass die Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Das Erkrankungsalter ist sehr jung, das liegt zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, aber einige Angststörungen, wie zum Beispiel die soziale Phobie, beginnen bereits im Jugendalter und Adoleszenz. Wir fassen unter Angststörungen unterschiedliche klinische Phänomene zusammen. Zum einen ist eine große Gruppe phobischer Störungen dabei. Da sind Störungen, bei denen die Patienten genau angeben können, in welchen Situationen sie krankhafte Angst empfinden. Zum Beispiel werden bestimmte Tiere oder Situationen befürchtet. Bei der Spinnenphobie ist es die Spinne. Bei der Höhenphobie ist es die Höhe. Dann gibt es unter den phobischen Störungen auch Erkrankungen, die komplexe Situation mit einschließen. Zum Beispiel der sozialen Phobie sind es alle Situationen, die mit sozialen Interaktionen etwas zu tun haben und in denen die Patienten ganz starke Ängste entwickeln. Eine zweite Kategorie sind die sogenannten Panikstörungen oder eine Panikstörung. Dabei treten immer wieder Panikattacken auf. Ohne Grund plötzlich auftreten, gehen mit starken psychischen und körperlichen Symptomen einher und verlaufen typischerweise phasenweise. Und die dritte ist die generalisierte Störung. Bei dieser Störung berichten die Patienten, dass sie immer wieder anhaltende Sorgen oder Katastrophengedanken haben, die mit einer starken muskulären Anspannung einhergehen. Bei dieser Störung sind auch typischerweise mehr Frauen betroffen. Krankhafte Angst sind deutlich übersteigerte Ängste ohne Vorhandensein einer akuten Bedrohung, die zu Vermeidungsverhalten, Leidensdruck und negativen sozialen und beruflichen Konsequenzen führen. Das ist bei allen Angststörungen, die ich jetzt aufgeführt habe, auch der Fall. Die Angststörungen haben eine komplexe Genese, sind viele Faktoren, die zusammenwirken. Wir wissen, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen, aber dann auch Umweltfaktoren wie Live-Events, also negative Lebensereignisse, Stressfaktoren oder auch kognitive Muster, die dazu führen, dass Ängste bei Kleinigkeiten oder sogar gering ausgeprägten körperlichen Symptomen entstehen. Die Diagnose wird durch das internationale Klassifikationssystem durchgeführt. Das heißt, wir machen eine genaue Anamnese mit den Patienten, die beschreiben uns den Verlauf der Erkrankung. Und ganz wichtig ist auch, dass man körperliche Untersuchungen durchführen muss, um körperliche Erkrankungen oder andere Ursachen von Ängsten auszuschließen. Dazu gehört Blutbild, beispielsweise dann Aufnahmen von Kopfen, EEG, also ein internistischer Check und auch neurologischer Check. Die Behandlungsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, die sind sehr effektiv. Da muss man sagen, da kann man unterscheiden. Die medikamentöse Behandlung, da sind meistens Medikamente aus dem Bereich der Antidepressiva, die insbesondere das Serotonin-System ansprechen. Kurzzeitig bei stark auftretenden Angstsymptomen können auch Medikamente zur Beruhigung gegeben werden. Da sind beispielsweise Benzodiazepine und bei ganz stark auftretenden Ängsten und behandlungsresistenten Ängsten können auch weitere Medikamente wie Neuroleptika dazu gegeben werden. Aber Standard sind SSRIs. Und bei der Psychotherapie ist es so, dass wir vor allem die Verhaltenstherapie anwenden, weil es hierzu die besten wissenschaftlichen Befunde bezüglich der Effektivität gibt. In der Psychotherapie lernen die Patienten zunächst mal, was die Erkrankung ist. Also sie kriegen eine genaue Information darüber. Dann lernen sie Entspannungsmethoden, die kombiniert werden, beispielsweise bei den Phobien mit Expositionverfahren. Man geht in die Situation hinein und lernt, mit der aufsteigenden Angst umzugehen. Und schließlich spricht eine Komponente der Verhaltenstherapie auch die Gedanken an, also die Bewertung der Angstsituation, die doch immer wieder dazu führt, dass man Panikattacken oder starke Ängste entwickelt. Also insgesamt eine sehr effektive Methode. Und bei den meisten Patienten wenden wir die Kombination aus dieser beiden Methoden an. Insbesondere im Bereich der Genetik hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan. Man weiß, dass genetische Faktoren zumindest 40 Prozent bei der Entstehung von Angstankrankungen Beitrag leisten. Und mit den heutzutage vorhandenen Methoden können wir das genetische Material der Patienten noch besser und akkurater auf Veränderungen untersuchen. Das zweite große Feld, was immer mehr erstaunliche Ergebnisse und auch nützliche Ergebnisse bringt, ist die Bildgebung. In der Bildgebung kann man eben die Aktivierung von angstrelevanten Zentren im Gehirn mitverfolgen und eben die Unterschiede zwischen den Erkrankungen feststellen, aber auch die Unterschiede zwischen betroffenen und gesunden Probanden feststellen, was auch einen besseren Aufschluss und eine bessere Erklärung der Entstehung von Angststörungen bringt. Es gibt viele andere molekulartechnische Methoden, proteintechnische Methoden, die ebenfalls verwendet werden, um auf neue Medikamente oder neue Behandlungsmethoden zu kommen.